Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben! Weiter geht's! Ach komm, echt ignorieren wir erstmal M und lesen direkt! Yay! Händlertipp, das nächste Level! Gute Neuigkeiten, Partner! Hab richtig gutes Werktag an Land gezogen! Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen! Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht sich! Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist! Nein, danke! Alles, was Geld kostet, wollen wir nicht, Herr Händler! Wir wollen Geschenke! So, haben wir uns hier schon umgeguckt? Ein wenig, glaube ich, haben wir uns umgeguckt, ne? Und hier war so ein richtig wunderschöner Raum! Guckt mal, den haben wir auch uns noch nicht angeguckt! Aber so weit sind wir auch noch nicht! Weil ich wollte erstmal gucken, was hier unten ist! Weil ich glaube, hier ist wieder ein Schießstand! Das wäre natürlich cool, ne? Wäre das cool oder cool? Das wäre cool! Okay, Leon! Jawollah! Oh, oh, ich weiß, wie die Folge endet! Und, ne... Jo, danke! Danke! Also, ähm, ich weiß... Oh! Ne, wollte ich gar nicht! Zurück! Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich weiß, wie die Folge anfängt und endet! Und zwar hier! Im Schießstand! Weil, ähm, das auch Spaß macht! Und, uh, hier war vor kurzem noch jemand! Oh mein Gott! Pommes und Pizza! Mh, ich hab voll Hunger, ey! Ich hab heute noch nichts gegessen! Ärgerlich! Nun gut, ähm, wollen wir auch mal schießen oder wollt ihr nur quatschen? Also grundsätzlich will ich immer nur quatschen mit euch! Ja, okay, danke! Gut zu wissen! Ich quatsch gerne mit euch! Auch wenn ich auch mal keine Antwort kriege! So, ähm, wollen wir... Ähm, können wir hier auch mal schießen? Aha! Okay, wir versuchen... Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon! Hier, die sind neu! Komm, wir machen einmal nochmal das hier! Und dann mal gucken! Wir haben unsere Waffen verbessert, ne? Wisst ihr ja! Äh, mit echtem Nacken oder was? Ne, das wird nichts! Ich muss weiter weg! Ich bin ja voll nah dran, ne? Boah, aber guck mal, wie ich mich da entziehen kann hier! Wie ein Profi! Wäre natürlich... Nachladen, Leon! Wäre natürlich schön, wenn, ähm... Wir die Dinger auch kriegen! Ja, okay, okay, okay! Boah! Ich bin so schnell! Guck mal, wie ich schießen kann! Oh Gott! Habt ihr's gesehen, wie ich verkackt hab? Boah! Was ist hier los? Keine Munition mehr, oder was? Boah, ist ja anstrengend! Oh mein Gott, okay! Das war... Ashley! Ashley! Alter, du siehst grundsätzlich aus, als würdest du dich anbieten in meinem Kopf! Keine Ahnung warum, aber kannst du aufhören damit? Spreiz deine Beine! Zeig die! Okay, weiter geht's, mein Lieb! Ich hab doch keine Lust zu schießen! Ich will... Das war's, was wir ab dem Rummel! Hat mich voll an meine Kindheit erinnert! Ich glaub nicht, dass du eine Kindheit hattest, aber gut! Ähm... Ihr habt keine Lust zu schießen! Ist mir zu anstrengend, weil ich bin nicht so gut im Schießen! Das wisst ihr ja! Okay! Nee, gebt mir hier alle nicht auf die Nerven! Kommen wir durch die Tür? Oh! Nee, was hä? Durch die Tür meine ich da hinten? Oh, hier kommen wir auch durch! Okay, wir gehen aber erstmal hier lang, denke ich, und gucken uns alles ganz entspannt an, Weil Resident Evil, die Creator, haben ja hier, ähm, das nicht erschaffen, dass wir es ignorieren, sondern dass wir uns das angucken! Hier, guck mal, Ashley, ich hab' einen Stuhl für dich, kannst du mitnehmen! Oh! Das, ähm, will ich haben! Oh! Okay! Oh, schön! Welche? Welche, Ashley? Du quatschst irgendwas und keiner weiß, wovon du redest! So, wir gucken uns jetzt, oh, das ist aber eine hübsche Frau, oder? Schöne Augen, muss man schon sagen! So, laut Voldemort auch da! Oh, das ist auch schön gemalt! So, ich wollte eigentlich mal gucken, ob hier was in der Ecke ist! Das ist echt nicht Ecke, weil, ähm, das ist eine stille Ecke, da muss sie nämlich still sein! Ah ja, okay! So, was haben wir hier noch? Außer gruselige Musik? Warum komm ich hier nicht weiter? Leon, lauf mal weiter! Schöne Bilder! Ey, ich stehe aus dem Weg, ich muss hier, äh, gucken! Oh! Pistolenmunitionen? Ja, gerne! Lad mal nach, Leon! Okay! Ich will nicht unbedingt da hoch, ich will aber, glaube ich, auch nicht unbedingt hier rein! Gut! Das Spiel hat uns die Entscheidung... Schlossen! Das Spiel hat uns die Entscheidung abgenommen! Wir müssen hoch! Okay, Leon, bist du bereit? Hoppa! Hallo! Lass das mal wirken, Alter! Krasser Kronleuchter, ey! Wenn ich irgendwann mal so wohnen würde, ey, wäre mir das Geld zu schade für! Und da ist ein Relief an der Wand! Leon, was ist ein Relief? Wartet mal! Also erstens höre ich hier was ticken? Ja, erstens höre ich was ticken und zweitens müssten es hier noch... Genau, blaue Medaillons geben, weil wir hatten da ja einen Auftrag, ähm, uns angenommen! Und hier ist schon der Nächste anscheinend! Was stimmt hier mit deinem Kopf nicht, Kumpel? Irgendwas stimmt hier mit deinem Kopf nicht, habe ich das Gefühl! So, jetzt müssen wir aber nochmal, ähm... Da, ich wusste im Kronleuchter, wird irgendwas sein! Oh mein Gott, wie habe ich die denn getroffen? Jetzt müssen wir nochmal natürlich genauer gucken, auch wenn ich... Ich gucke eigentlich immer genauer! Vergesse aber, was ich gucke und dann muss ich nochmal genauer gucken! So! Hallo, blaue Medaillen! Ich such euch! Wo seid ihr? Okay, hier oben ist es verdächtig, ruhig! Es wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben, ne? Diese blauen Medaillen können halt auch in jeder Ecke hier sein! Oh, was zum Öffnen? Hallo, Pistolenmonition immer gerne! Okay, das ist auch sagekräftig! Das Bild kann man nicht anders sagen! Blaue Medaillen? Wo seid ihr? Oh oh, warum kriegen wir so viel Pistolenmonition, meine Lieben? Da muss man immer misstrauisch sein! Hallo, ich misstraue dir, weil ich bin misstrauisch! Kommt man hier rein? Oh no! Ich, ähm, ehrlich gesagt mag ich Tür nicht, wo ich reinkomme! Wisst ihr aber schon, ne? Okay, das kann es doch nicht gewesen sein mit den blauen Medaillen! Und im Schnitt sehe ich dann bestimmt alle wieder! Und hier gibt es immer wieder Geräusche, hört ihr die? Oh, da bin ich plemplem! Wir müssen hier kurz mal uns umgucken, ne Leute? Wisst ihr Bescheid, Knallerei geht gleich wieder los! So, was steht denn jetzt hier? Weil, ähm, wir haben eigentlich schon einen Auftrag! Ratten! Ja, okay! Kriegen wir halt hin, ne? Aber ich würde jetzt erstmal schon gern die, ähm... Blauen Medaillen machen, aber dafür sind wir wieder zu doof! Uff, man kommt ja hier überall rein! Muss ich mal nochmal aufs Kärtchen gucken! Mhm! Der hat mir hier gerade irgendwas, irgendeine Medaille angezeigt! Ah, alles klar! Okay, wir laufen jetzt einfach mal da rein! Auf gut Glück! Hallo! Gut Glück! Bitte bringen Sie mich nicht um! Ich habe das Gefühl, dass mein Handy im Hintergrund klingelt! So, okay, da ist eine Ratte! Hab sie! Okay! Schön konzentriert weiter umgucken! Oh Gott, jetzt häng ich hier fest! Ich dachte, ich häng hier fest! Leon, hör doch mal auf, einfach das Offensichtlichste zu erwähnen! Es wäre hilfreich! Ich habe dir dazu gerade was gesagt, Leon! Doch, ich würde hier eigentlich gerne speisen! Aber ich würde auch erstmal gerne die Medaillen finden! Oh je, oh je! Wir kriegen zu viel Munition, Pistolen, Munition! Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht alles anklicken auf einmal? Oh no, das hat uns irgendwas zu sagen! Bitte hört auf, mir was sagen zu wollen! Ich mag das nicht! Ich weiß auch gar nicht, was ich hier gerade tue! Keine blaue Medaille? Bin ich jetzt da? Oder bist du jetzt, Ashley? Ja, das nehmen wir mit, das Kraut! Okay, unheimlich! Ist schon echt unheimlich hier! Jetzt spüre ich es! Aber hier muss auf jeden Fall eine Medaille sein! Hinter mir! Ne, warte mal, ich bin halt noch... Ich bin nicht... Ich gucke auf Ashley, Alter! Warte mal, ich muss links lang und rechts ist sie dann! Links lang und rechts ist sie! Sieht das einer von euch? Leon, Leon! Hey, ähm... Hast du eigentlich viele solche Einsätze? Echt nicht? Bin ich hier, um dich kennenzulernen? Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung! Oh, das ist ja ekelhaft! Wirklich, Leon! Wir klären uns die nicht! Weil ich habe kein... Ist das ein Kompliment? Nein! Das überlasse ich dir! Oh mein Gott, die haben die so gut versteckt, ey! Die war richtig gut versteckt, oder? Hat die irgendjemand von euch gesehen? Das tut nicht so, als hättet ihr sie gesehen, okay? Okay, die haben wir! Käfig mit Schlangenkopf, okay! Erstmal raus hier wieder! Ich will erstmal die Medaillen machen halt, ne? Wisst ihr Bescheid? So! Dann gehen wir mal durch dieses Türchen hier! Hier kamen wir gar nicht durch, ne? Ne! Okay, aber da gab es noch eine Tür drin! Leon! Hier gab es noch eine Tür drin, ne? Dann gucken wir uns hier auch nochmal um! Und die Ratten dürfen wir natürlich auch nicht vergessen! Also eigentlich wollte ich hier nur ein bisschen ballern und hier nicht Aufträge, Aufträge, Aufträge! Oh, was ist das denn cooles? Was steht da? Saladi, Audi, Diz, Jienta! Was ist das für eine Sprache? Ich kann kein, weiß ich nicht was ausgedachtig! Okay, um hier einzusteigen Ist es wahrscheinlich wirklich noch zu früh Ashley, wir müssen zurück Weil, ähm, ich glaube, wir sollten hier noch nicht weg Das ist, bitte, nein, nein Guck mal, wie ich hier durchrenne Weil ich dich einfach ignoriere, Kumpel, okay? So, wo ging es denn hier noch lang? Da waren wir gerade drin Ging es hier oben irgendwo rein? Schon wieder vergessen Komm mal, hier Ashley, komm Wow, gut polierter Boden Gute Versiegelung drauf Wow, der glänzt, der Boden Okay Ashley, kümmere dich mal nicht um die Rüstung Guck dir diesen wunderschönen glänzenden Boden an Boah, die Spiegelung im Boden ist wunderschön Pick sowas mal hin, ey Okay, ähm, wir lassen uns nicht von dem Boden ablenken Spaß haben wir schon Was hat ein Ashley gesagt? Kann mir das jemand sagen? Irgendwas mit den Rüstungen, ne? Soll ich die anziehen? Oder was meinst du? Oder hat sie nur gemeint, die steht mir gut? Damit machen kann ich auf jeden Fall nichts Wow, yeah! Mal wieder ein kleiner Schlüssel, den wir wahrscheinlich gleich loswerden Obwohl wir noch ganz woanders Schlüssel bräuchten Okay, was haben wir hier? Grünes Kraut Ashley? Schmeißt du hier mit Stühlen um dich? Können wir die mitnehmen? Hier, ich nehme dir einen mit Warte Ach, der Leon, der kann das nicht Boah, Marmor Boah, weißer Marmor hier Ey, das ist ja Exklusiv hier Hallo? Hallo? Oh mein Gott Ich habe das Gefühl, dass wir hier nur Ruma rumören Auch dafür scheint es mir zu früh zu sein Komm, Ashley, wir gehen wieder Wo ist denn der Raum, wo wir uns hinsetzen können? Komm, Ashley, lass die Stühle stehen Wir, ähm Das ist mir Ich weiß nicht, wo es weitergeht Und ich, wisst ihr ja Ich will gerne mal eins nach einander Und dann gehe ich in eine Tür rein Wo auf einmal Äh Äh Ich habe vergessen, was ich sagen wollte Und leider habe ich auch vergessen Wo ich hin wollte Vielleicht hätte ich auch erst Mal Mittagsschleifchen machen sollen Bevor ich hier anfange zu spielen Wo war denn jetzt der Raum? Mensch, hier war das doch auch nicht Das war Keller Da waren wir noch gar nicht Ähm, Herr Händler Ich suche den Raum, wo ich und Ashley Mich hinsetzen könnten Ist der hier links unten? Hier war es Okay, hab ihn Okay, äh Upsala Warum hat das Spiel jetzt wieder abgespeichert? Okay, Ashley, setz dich mal hier hin Setz dich Moment Okay, wartet mal Ashley Irgendwas hat das Oh, mein Rücken tut voll weh Ich würde gerne, ähm Liegen Ich mache gleich ein Mittagsschleifchen Okay, warte mal Irgendwas hat das mit dem hier zu tun, glaube ich Was ist denn das? Brötchen, Besteck Wein Brötchen Besteck und Wein Hier fehlt das Brötchen Besteck Wein Aber es waren drei Messer, oder? Ashley, was hast du da bei dir liegen? Ist da ein Brötchen? Nein, das ist kein Brötchen Okay, wartet mal Ich muss mal kurz sehen, wie viele Messer Drei Okay, Ashley, komm mal her Ist gut Der pfeift ja hinterher wie ein Hund, ne, aber Ne Lea, oh, nicht du Und wo ist das Brötchen da? Das Brötchen fehlt Wartet mal, hier hin Erste hier hinsetzen Hey Gut Okay Brötchen, drei Messer und Wein Und was möchte die Dame hier haben? Die Dame möchte ein Glas Wasser Zwei Messer und Lea Glas Wasser Glas Wasser Lea Und zwei Messer Hier könnte es sein Was haben wir da drüben noch? Brötchen Okay, ich setze mich hier in, Leon Äh, Ashley Ich glaube, jetzt haben wir es Scheint, wir lagen richtig Ja, ihr 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 habt mir gefallen Ich lag richtig, mein guter Ich Ich bin ein Profi Okay, Ashley Haben wir hier einen Haken hinter? Hier haben wir eigentlich einen Haken hinter Aha, hier ist noch einer Okay Da müssen wir nochmal hin So, warte mal Ist ganz angenehm, dass sie das auf der Karte gemacht haben Weil sonst Ist da oben eine Ja Oh Gott Schön vorbeigelatscht, Leute Schön vorbeigelatscht Gefällt mir, wie gut ihr mitmacht So, warte mal Links, rechts geht nicht mehr Links geht aber auch nicht da Lang geht nicht da Lang geht nicht Okay, dann müssen wir jetzt beim Händler weiter Oder was Herr Händler Wir müssen bei Ihnen, glaube ich, weiter Glaube ich Eigentlich, glaube ich Nee, nee, nee Wir müssen erst mal da Zur anderen Tür Wo ich nicht weiter wollte Wartet mal Da oben, ganz oben Da bin ich ja wieder zurückgelaufen Hallo, Ashley, komm Keine Widerrede Okay, du kannst Tschüss, Ashley So, genau, hier Wo sie die Stühle mitnehmen wollte So Haben wir hier irgendwas, was wir beachten müssen? Nee Okay, dann laufen wir jetzt erst mal hier rum Und Risiko nicht, was wir hier machen Drüberspringen wollen wir nicht Wir gucken erst mal, ob sie irgendwas zum Kaputtmachen gehen Gibt's nicht Das Risiko ist natürlich Wenn wir jetzt hier runterspringen Ob wir da wieder hochkommen Aber wir werden's tun Kampfer Area Das Ist eine Kampf Area, meine Lieben Und wollen wir das? Ich glaube nicht Bevor wir irgendwas tun Sammeln wir alles erst mal ein Oh, oh Wir haben zu viel Munition bekommen, meine Lieben Hier geht's gleich richtig ab Oh, ja Schwere Granate Hm Will ich alles haben? Ich würde aber auch gerne Dass es hier gleich nicht eskaliert Kriegen wir das auch hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist jetzt natürlich Oh Ist jetzt natürlich die Frage Was macht der denn da? Ähm Hier Wenn wir den jetzt abnehmen, dann Geht's wahrscheinlich los, ne? Oh Oh Was? Kommt schon, das ist doch nicht euer Ernst Bringt meine Schrot hier überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab's erahnt, dass es gar nichts bringt Ähm, Entschuldigung Interessiert euch Schrot überhaupt? Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ähm Ähm Ich kann grad nicht reden, Leute Falls ihr's merkt Okay, kein Problem Ich kann wieder reden Oh, nee, doch nicht Oh mein Gott Was ist denn hier los, Alter? Alle? Warum kommen denn alle raus? Ey, ich hab gerade dafür drei Wo muss ich denn hinschießen bei euch? Wo muss ich denn hinschießen bei euch? Boah Das war knapp Okay, auf den Kopf, Alter Auf den Kopf, verbraucht da einen direkt? Kriegen wir hin? Okay, oh mein Gott Der eine war richtig knapp Aber gut gemacht Haben wir hier noch mehr Rüstungen? Was ist denn hier los, Alter? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Äh, ich wusste hinter mir ist ein Ich weiß nicht, warum Aber ich hab's gerochen Ja, aber warum? Ja, oh, Ashley Dann mach mal weiter Oh no, Leon Schlechter Moment Schlechter Moment Leon, 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 Leon Boah Ich hab dir gesagt, das ist schlecht Am Moment, Leon Oh, bitte aufhören, aufhören, aufhören Und halt auf mich anzugreifen Oh, irgendwie war ich geschlagen von hinten Okay, haben wir Boah Wenn wir keine Profis sind, dann weiß ich auch nicht Ach du meine Güte Wir haben keine Munition mehr Boah, ich weiß nicht, ob ich mit der treffe Nee Schade Okay, Leon Ähm Warte mal, mach mal erstmal erste Hilfe, Leon, bitte Okay, und dann sehe ich gerade Können wir, glaube ich, Schrot machen Oder auch nicht Gewehr wäre aber jetzt auch hilfreich Die hat eindeutig mehr dummen Dampf hinter Wisst ihr? Man muss nur zetteln Boah Mein Gott, das war Ashley, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Buenas noches Buenas noches, muchas gracias Ich kann auch Spanisch Palabra, Palabra, kann ich Spanisch Palabra So, Ashley, ähm, kannst du hier mal was machen? Ashley Ach nee, ich muss die auffangen Ashley Boah Oh, fette Alter So, Ashley, komm mal her hier Oh mein Gott, wie sie sich freut Wirklich, das widert mich so richtig an Ich Ähm, Ashley Leon, der steht auf Ada Bitte lass ihn in Ruhe Sexuell gesehen Okay, Rüstungen sind mir jetzt ein bisschen suspekt Ihr greift mich bestimmt gleich alle an, ne? Bitte hört auf mich anzugreifen Die bewegen sich aber nicht, oder? Keine Ahnung, Ashley Hör auf, Dinge zu fragen, die keiner weiß Oh, okay Oh, Ratte Haben wir? Eine fehlt noch Oh je Ich weiß nicht, ob ich weiterlaufen will Wenn ich ehrlich bin Wo ihr dann schon erahnen könnt Was wir gleich tun werden Zurück Wir haben auf jeden Fall Also wir kommen da anscheinend wieder aus der Tür raus Was wir auch gleich machen Aber wir haben Das macht keinen Sinn, dieses Spiel Wenn wir alles liegen lassen, ne? So, wo ist jetzt hier die blaue Medaille? Ich hab hier keine gesehen In der Tür drinnen Oder was? Verstehe ich nicht, wo hier die blaue Medaille sein soll Ashley, wo ist die blaue Medaille hier? Ich sehe keine Ich sehe immer noch keine Blaue Federn, die sehe ich Ne, ist mir zu hoch Wo die Medaille hier sein soll Das check ich leider nicht Sorry, Leute Ich bin dumm, ey Sorry Aber hier muss noch irgendwas Vom Einsammeln sein Warte mal Links von uns Pistolenmunition Die nehmen wir natürlich auch Rechts von uns Hinter uns Ne, doch nicht Oh, hinter uns Hier Okay, haben wir auch Da Jetzt hab ich sie gesehen Ah, warte mal Ich hab lieber eine kleine Waffe Dann treffe ich auch Auf jeden Fall Super, Leute Treffer Haben wir gut gemacht Okay, jetzt können wir da durchgehen Ja, jetzt Jetzt dürfen wir Okay Okay, sehr gut Hier links Und dann gehen wir auch Nur noch abspeichern Für die Folge Ich mach erst mal Mittagpflechen Weil ich bin alt Okay Und deswegen So, hier haben wir alles gesichert Genau Wie viele Haben wir schon Auftrag erledigt? Ne, ne Schade Hast du was für mich oder nicht? Na dann Was kann ich für dich tun? Ne, wir haben noch zu wenig Geld Haben wir was zu verkaufen? Auch nicht Okay, mein Lieben Wir gehen direkt abgespeichern So, meine Ich speichere ab Für uns Ihr klickt aufs nächste Video Von mir Vielen Dank dafür Bis nächste Folge Auf Wiedersehen